Und was ist das mit dem Sound? So. So misstimmt. Das ist das Perfische. Das machen wir mal weg. Okay. Und was ist das? Okay. Ja, das ist ein bisschen besser. Jetzt muss ich noch eine Sache gucken. Verzeihung. Und zwar... Glaub ich nämlich, dass ich etwas ausgestellt habe. Das Wetter. Danke, Mädels. Okay, dann. Wenn wir das schon mal haben hier. Animationen können wir alle lassen. Details können wir auch alle schön lassen. Können wir Fancy machen. Das können wir Fancy machen. Das können wir Fancy machen. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Rain Snow. Fancy. Ja. Super. Funktioniert doch klasse. Unser Loch ist auch verspunden. Und dann machen wir gerade weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, das kommt weg. Das kommt auch weg. Ich bin wieder zu hohl gewesen und habe dann wieder die einzige Brücke weggehackt hier. Und da hauen wir das wieder weg. Irgendwann Sand, das wir da alles haben. Ach ja, den Sand habe ich auch gesammelt. Ich hatte schon gedacht, ich habe jetzt diesen Spielstand verloren. Ein bisschen bitter gewesen. Hoppla. Oh gut, der speichert ja alle drei Minuten. Oh, der wird ein Stück schlauer. Ja, ich bin noch ein bisschen von der Version der Xbox vergiftet. Huch, der sieht aber komisch aus. So. Dann hauen wir das hier mal rein. Mit Sand. Dass wir hier mal ein paar Scheiben reinkriegen. Ich sehe die Sonne nicht. Da oben ist die Sonne. Jetzt kann man auch ein bisschen Grund gucken. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das Gewabbel ist halt weg. Na gut. Und dann fahren wir eine schöne Auflösung. Schönen Texture Pack. Und ein ries... Riesig hier. Lücken wir sprechen, Alter. Na ja. Ja, die Auflösung ist halt besser geworden. Und auch die Details. Ein paar Bäume pflanzen. Fester spielen. Ein paar Gras haben können wir hier ganz besorgen. Hier, da haben wir schon welche gefunden. Die drehen sich so cool. Unsere erste Farm bauen. Huch, das... War ich das? Tja, hier. Der erste ist schon gewachsen. Ich habe irgendwie Lust, dieses ganze Zeug da abzutragen. Und so lila sieht das aus. Das ist sowas. Neulisch nieder. Guck mal, die Wolken sind sogar teilweise viereckig. Teilweise auch nicht, ne? Na und die Optifine Zeugs. So. Jetzt sind wir da drin. Ich denke, als nächstes mache ich einfach mal die Scheiben rein. Aber wir brauchen immer noch Holz. Für das letzte. Für den letzten Schnellviel. Hacke ich das mal weg. Ich meine, das war schon schön mit dem Shader, aber... Ehrlich gesagt nehme ich lieber einen Kauf. Ein bisschen weniger Grafik. Und das läuft hauptsache flüssig. Ich mache jetzt so gerne einen Busen, dass es flüssig läuft. Und das hat ja wirklich am Ende wirklich ein bisschen... Wollte ich das ja noch ein bisschen verbessern. Und dann ist ja dann die ganze Kacke abgeschmiert. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo die ganzen Dinger sind. Jetzt haben wir 16 Scheiben. Die klatsche ich einfach mal da rein. Und dann eine kleine Studentenbude haben wir. So. Da können wir dann gerade hier so Anbauten machen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da hinten könnten wir eine kleine Farm errichten. Dann muss ich irgendwie herausfinden, wie das ist. Jawohl. So war das. Also nicht herausfinden, wie das zum Croften ist. Sondern nur herauszufinden, wo die ganzen Plätze sind. Sehe ich ja gerade nicht. So. Hatten wir das jetzt gerade schon mal? Das Lied. Stufen. Na gut. So. 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 also bis dahin machen wir uns auch ab dann müssen wir hier noch abtragen Baum, es tut mir leid aber du musst jetzt hier weg es wäre nicht schlecht wenn du noch einen Apfel runterschmeißen kannst das macht ja Rauch ab schnapp diese Rille gefällt mir nicht dagegen ist natürlich auch Kraut gewachsen so und das sieht schon mal ganz anders da aus du kannst nicht weiter Wasser also kriegst du hier deinen Stopp so der neue Sensorman ist da genau das wird schon gleich feucht da haben wir ja schon unser erstes Fälschen irgendwie wird es so dunkel ach ja die Sonne geht runter gut wenn das so der Fall ist hau ich hier noch die drei Samen rein und dann gehen wir erstmal in die Haie das sammeln wir alles nochmal ein hier für unser schönen Rohstoff da unten rennt eine Sau rum ne das ist ein Schaf sieht bei dem Sonnenuntergang aus wie eine Sau gut da gehen wir einfach mal hier rein Klappe zu auf den Tod und hauen uns mal in die Falle rein da hängt es ein bisschen das sind die Ladehemmungen das sammeln wir auch auf na jetzt ist aber der Wurm drin hier so unsere Nahrung haben wir auch hier natürlich hier Pilze das wäre das nächste was ich mache hier haben wir schon sogar unsere ersten Eisen es ruckelt ein wenig das nervt mich ich weiß aber jetzt auch nicht warum das jetzt anfängt zu ruckeln das verschmerzen wir gerade noch genau wiederholz trage ich jetzt auch immer Eisen ab ach das sieht doch schon ein bisschen auf hier nicht ruckelt nicht ruckelt nicht ruckelt tja ist doch kein super PC nicht alles was glänzt ist Gold hallo hast du dich jetzt aufgehangen hallo ach komm schon oh ist das unfair warum hat denn der jetzt einen Vollhänger warum hat denn der jetzt einen Vollhänger das ist eine Weichbeleuchtung 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 hallo da falle ich jetzt lieber nicht rein jedenfalls habe ich das nicht vor ja gehen wir wieder aus dieser Höhle raus wir haben ein bisschen Eisen bekommen das ist super mit Eisen kann man auch viel anfangen böse Schaf das ist ein bisschen Kopfschmerzen aber gut hoppy bleibt hoppy das mache ich jetzt einfach weiter das grasen wir noch einfach ein bisschen ab so Eisen was kann ich mit dem Eisen machen ich kann Feuerzeuge machen ich kann aber erstmal muss ich es brennen hm das wird nicht ganz lang was ich auf jeden Fall mal machen muss ist wieder ein paar ach du Schande ach ich hasse diese riesen Bäume mir sind diese kleinen Liebe weil das ist immer bei den großen Teilen für da übersiehst du dann so ein Stück dann bleibt dann einfach mal ein Stück Baumkrone oben hängen einfach in der Luft so irgendwas mit Junkload habe ich auf Multicore gestellt gehabt wahrscheinlich war das die Sache ist jetzt nur eine Vermutung aber ich glaube ich werde dann erstmal einen Eimer machen sonst sind wir ja voll im Eimer so den Appel hauen wir uns mal schön zwischen die Chiemen und jedes Mal geht der Pilz kaputt ich denke mal ich werde unter den großen Bäumen die Pilze wachsen lassen noch eine kleine Pilzfarbe huch komm her so oh was ist das für ne Musik naja ist ja Wurst hier Baum Baum wird gefällt denn wir brauchen auch irgendwann mal Kisten das ist das ach das ist das ok ahja da schon wieder neue Bäume die hauen hier rum so vielleicht mache ich das anders da mit den mit den Pilzen mit den Pilzen mit den Pilzen schon wieder eingeprickt die das ist hier ist ja